und willkommen beim landwirtschaftssimulator wenn wir sie wieder auf der range bei der kartoffelernte ja und ich würde sagen dann fangen wir gleich mal an mit dem spiel gute nachricht schlechte nachricht also die gute nachricht ist ich habe endlich daran gedacht sie bs zu deaktivieren das heißt es gibt hier keine fehler mehr hallo was war bitte wieder aus danke die entsprechend schlechte nachricht ist natürlich ich habe den technik anhänger wo ist denn der den hier ausprobiert manu habe ich schon die installiert die ladewagen den hier die heik ausprobiert also es macht wirklich spaß damit rumzufahren der mädt hier vorne der lädt auf und du kannst einmal rum kurven und dann fertig macht sich gut das ding nachteil an dem link weder kurs drive kurs play noch der normale ki helfer können damit was anfangen die arbeit nicht mit dem das heißt ich würde die nur nehmen müssen können für mich alleine dass ich um die felder rumfahre und dafür das ist mir geld nicht wert vielleicht später irgendwann aber nur für mich alleine bringt es nicht aha der wird entladen gut das heißt ich hoffe mal ich kann hier euch alleine spielen lassen und mache mich vom acker warte mal warum habe ich dich eigentlich nicht gestartet ich habe doch alle gestartet hier nur dich nicht so warum lässt er hier so große ok johnny das wird so nichts kommt aber auf warum lässt du so großen versatz zu er lässt er hier jede zweite spur aus was hast du für job ach so ich kann nur job erstellen ich mache dir mal neu ja ich weiß ich muss dann alles also ich will einen job erstellen feldarbeit das feld hier war das war so zielposition mache ich jetzt mal hier feldposition mache ich auch hier rüber ich fange aber komplett neu an so ach so war ach so zielposition bist du nicht auf dem feld erkennst du das feld nicht an warum erkennst du das feld nicht an ach jetzt warum erkennst du hier nicht das feld an doch ach hier erkennst du dann hier drüben nicht ok ist aber doof weil du sollst mit dem feld hier drüben anfangen so ich mache dich mal auf zwei meter runter arbeitsbreite genau startrichtung manuell heißt ach so in der die bahnen gefahren werden du kannst automatisch machen reihe probiert wenn zentrierung beet ausgewählt dann ach so nein richtungswinkel der bahn 0 grad ja gut generiere feldkurs so oder liegt es daran dass du so ausschwenkst und du das deshalb nicht kannst dann muss ich einen anderen truck nehmen und zwar eigentlich den grünen du hast die meiste leistung war ach na gut dann acker ich das jetzt alles doch mal um da kann doch der blaue der wird doch wohl damit hier zurecht kommen war ja 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 jetzt muss ich ja sowieso alles neu machen weil ich den kurs an den trecker pro trecker ähm einlade ach warte ich muss geräte versatz einstellen ach ne ist ja schon 0,7 meter ok du bist fertig nein fahrer fahrer hebt du der hat zwar schön leistung aber ich rückwärts fahrt ist mit dem der qua na gut du hast vor das so ein ding dran ja das kriegen wir alles hin hey oh Stopp, du löschst den Kurs und du machst H. Und jetzt wirst du... Warum habe ich den Kurs nicht einfach abgespeichert? So. Feldarbeit. Der erkennt es an hier drüben. Okay. Öffne. Zwei Meter. Halt. Kein Vorgewende. So. Okay. Dich muss ich jetzt einstellen auf Feld 58. Damit du abgetankt wirst. Und hier ist jetzt der Erste. Okay. Würde ich sagen. Erster Wegpunkt. Play. Und ich hoffe, du kommst jetzt damit klar. Du machst dir nicht hier alles kaputt. Gut. Ja, der wird jetzt eine Weile erstmal nichts machen. Aber ich hoffe, dass er die Zwischendinger hier kriegt. Die Früchte hier. So. Und du? Feld 58, Hauptsilo. Gut. Du hast auch deinen Job. Und du? Du wolltest abladen. Wo? Da hinten. So. Ähm. Bing. Warte mal. Bing. Jetzt sollten... Ah. Noch ein Stück. Jetzt. Okay. Wo ging der hin? BGA. Alles klar. Dann begebe er sich mal bitte... ...zur Biogasanlage. Wird blockiert, Curseplay. ...vom Baum oder von dem? Achso. Quatsch. ... 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 johnny genau wartest du wartest hier du siehst doch dass er da wendet oder dies ist jetzt steht um d so wie die ganze folge verschwendet nur um euch zu sortieren wenigstens kommt er hier zu recht ich sagte gerade wenigstens kommst du zurecht also mach jetzt hier keine faxen und der fährt wenigstens gut und jetzt kann ich den nach hause fahren warte mal muss der nicht noch woanders aussehen was hat jetzt hier ausgesehen getreide genau und jetzt musst du hier draußen der erste machen herrle war mit unkraut aber unkraut macht er jetzt weg quatsch so jetzt so die fruchtart raps abgeerntet so okay und hier ist weizen drauf das heißt ich kann hier jetzt den raps drüber kloppen das habe ich schon mal abgespeichert fällt a aussaat fünf meter dreißig so kurs laden der ach so der startpunkt ist da drüben ich glaube nämlich dass er mit dem hier einfach das getreide erklärt das getreide ist unkraut weghaut bei der aussaat so freundchen fällt a viel spaß warte mal warte mal warte mal ich sehe gerade du hast ihre tanks dem werden wir noch schnell abhelfen wie bekam ich den auf mit enden war deckel öffnen deckel öffnen war mit enden nicht doof ach falscher trecker oh jetzt brauche ich einen anderen traktor dafür ernsthaft habe ich einen? natürlich nicht das ärgert mich jetzt schon wieder so den kann ich nicht nehmen ich weiß wo der ist hier ist er ja gut komm vergiss es bis du dich ausgekaspert hast du kommst ja jetzt an der allerdings vorbei so jetzt folgendes machen ach so ich habe den anderen ja schon zu feld 58 gebracht dann ist sie gleich um die ecke da ist es genau bing jetzt eigentlich kommen bei feld 58 sehr gut so johnny pass auf wir wechseln mal trecker ach so dann fahr doch mal bitte schnell warte ich muss auf die seite sonst weinst du wieder so du fährst zum viehmarkt jetzt jetzt hat der natürlich den job drin ist das umständlich jetzt kann ich hier den kurs löschen und ich sage du fährst zum viehmarkt verdammt nochmal pass doch auf muss ich den trecker wieder sauber machen was war das eben was wird hier los helfer hat die arbeit außerplan mäßig beendet kein feld gefunden was war denn das sind für ein soundfehler ach ich habe so eine mod drin dass man die motoren weiterhören ich schätze mal die wird beim nächsten mal wieder deinstalliert sein wenn die hier stress macht weil das klang eben echt das klang echt grauenhaft eben bei mir so ich hoffe das reicht um an diesem baum da weg zu kommen das heißt johnny du bist wieder dran ich mein käsebrot beiseite habe ich habe spaß macht er das jetzt hier ja doch hier ist auch eine spur übrig ach die macht er jetzt beim nächsten mal weil die hat auch eine spur jetzt muss ich das alles noch von hand nacharbeiten jede zweite spur oder was ja ich habe so gehofft dass es am trecker liegt na gut da muss ich da alles von hand machen dann guckt euch mal an wie das hier aussieht so jetzt werde ich also die aussaat klar was wenigstens damit die wenigstens 1 heute mal erreichen so der ist angekommen bei viel mag das heißt ich kriege geld aber er schicke ich dir was soll ich doch ich drücke n und er kann die beflug starten klappt doch da muss ich gar nicht an meine gedächtnis zweifeln so und zu die klappe wieder mit n okay jetzt du fährst zu feld a und auf feld a wirst du fünf meter dreißig aussäen fünf meter dreißig aussäen okay ja ja have fun da kommt hier genau da kommt hier getreide drauf sehr gut ding dong und gibt's okay und der nächste trecker der frei wird der kann dann hier drüben walzen was der hier so mist macht das ärgert mich so und jetzt bist du dran ich möchte nämlich wenig heute wenigstens heute 1 erledigen und dieses eine wird sein so wie von erfolgreich das heißt ich kann hier abschließen so akzeptieren diesmal gucke ich nehme ich sägewerk dieser gucke ich nehme ich ob das auch wirklich angenommen wurde schafft er das schafft er das geht mit denen hier okay gut ja seht ihr dass er lässt hier überall spuren übrig das heißt ich muss dann danach 123 hochrechner er sich noch mal eine komplette ernte die das wenn ich auf screen macht das ist ja hier zirkus na gut aber der da hinten ist zum glück gleich fertig das heißt ich habe dann wieder einen trecker die nicht nutzen kann er folgt ihm sehr gut cleveres bürschchen ja weil der fast voll ist warum kann der nicht so den feld häcksler den ich hatte den fortschritt so folgen und dann wird er hier einfach für den gras folge punkt das wäre so toll gewesen egal sollen sie mal machen ich sage von hier aus danke fürs zuschauen danke für eure tipps und kommentare macht's gut und genießt den tag und see you later